Hey! Finger weg, das ist Bronze! Ey, was? Wo kommst denn du her? Aus der Steinzeit? Ich bin die Guna und ich komme aus der Bronzezeit. Sie ist nicht aufzuhalten! Die zieht an! Und Tor! Guna ist eine richtig gute Fußballspielerin. Sie trainiert heimlich im Stadion in der Nacht und das kriegt Duck mit. Das ist Guna! Hallo! Sie hilft uns, das Spiel zu gewinnen. Die gehen so ein Deal ein und sie bringt dann den Steinzeitmenschen den Teamgeist bei. Glaubt ihr ernsthaft, ihr könnt real Bronzio schlagen, wenn ihr nur dem Ball hinterherlagt? Das sind elf Spieler und jeder hält sich für den Star. Und genau das nutzen wir aus. Sie ist auch selbstständig, unabhängig, schön, cool ist sie. Sehr direkt, Guna ist direkt. Ganz schön mutig fühlen, Mensch. Und dumm, eigentlich eher dumm als mutig. Danke! 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 Danke!